Oh ja, gut, ich muss noch weiter hoch, wie geil ist das denn, nice, 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 so eine Kiste, haben wir immer wieder gerne, vielleicht ist das ja irgendwie so, nee, das ist wieder nur so ein kleines Lager, das ist kein Vor, das hat man da eben schon an der roten Markierung gesehen, das war nur ein kleines Gebiet, aber immerhin, können wir wieder ein bisschen metzeln, eine schöne Truhe öffnen, hat doch auch was, oh mein Gott, der Hase ertrinkt, scheiße, daraus wird nichts mehr, hier kann ich hoch, ne, eh, aber, okay, mehr oder weniger hoch, wobei momentan eher weniger, Zack, jawoll, haben wir gleich den Großen hier, ey, das, och man, ey, weißt du, da greifen die mich gleichzeitig an, nee, ich hab nichts besseres zu tun, als das voll zu verkacken, Bam! So, das hätten wir erledigt, kurz ein Prozess hier gemacht, Hufeisen, für, achso, Pläne sind das geil, für Kerzen, für Insektenmittel, das ist gut, edle Hüte, hm, warum nicht, ah, das ist, glaube ich, richtig gut, dass ich das gefunden hab hier, Na los, greif mich an, ach, verschwinde, zack! Oh, guck mal, der Junge hat seine Trommel verloren, armer, kleiner Bengel, Ui! Ja, genau, so! Alter, hat er mich doch noch umgenietet? Ey! Oh, yeah! Alter, von der Kopftnuss bin ich auf einmal fast tot hier? Egal, dafür ist der jetzt auch hier, sehr gut! Jetzt hab ich hier erstmal wieder meine Ruhe, äh, da muss ich auf den Vorsprung, glaube ich, hier auf den Felsvorsprung, und dann, ab! Hui! Jawoll! Und abwärts geht's! Nächstes Markieren, das war, glaube ich, hier, genau, die Bärenmission, da bin ich völlig dran vorbeigelaufen, und völlig auf der falschen Seite runtergekommen, runtergesprungen, wie auch immer, und dann nochmal hoch, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich alle Federn hier angezeigt bekomme, oder ob noch irgendwie welche fehlen, ich will's mal nicht hoffen, Was war da gerade? Ach, ein Wolf! Und Schiss! Ach, ne, ein Luchs! Oh, cool! Auch nicht schlecht! Na los! Hast recht! Ist gleich vorbei! Alter, das ist so nice! Oh! Nein! Oh, das war, da hätte ich fast gegen den Luchs hier verkackt! Egal! Bringt mir nochmal Luchskrallen, Luchsfell, Luchspelz! Sehr gut! So, über den Ast hier? Oder was? Ah! Moment! Ne, falsche Richtung! Ah, da komme ich so ran! Wäre vielleicht auf der anderen Seite drüben auch gegangen! los, komm, jetzt zeigt mir hier noch einen geilen Luchs an! Hm! Juhu! Alter, der hat nicht mal nach links oder rechts geguckt, als er über die Straße gegangen ist! Ach, verdammt! Alter! Drecksplage! Schieb ab! Na los, komm her! Pissnake! Jetzt hau nicht ab! Komm, ich will dir aufs Maul geben! Alter, jetzt haut er einfach ab! Dann halt so! Jawohl! Ja, komm, scheiß drauf, dass der beschädigt ist! So! Genau, der Bär! Die Bär-Geschichte hier! Die Geschichte mit den Bären! Wird natürlich auch noch gemacht! Darauf freue ich mich schon irgendwie! Ein bisschen, muss ich sagen! Aber erst mal hier hoch! Alter, das macht der mit ziemlicher Leichtigkeit! Berg an! Sprinten! Über so eine lange Strecke! Relativ lang! Da ist er! Da sind die! Die Spur des Bären finden! Ja, hab ihn schon gefunden! Na los, komm her! Zack! Und jetzt E und Leertaste! Jawohl! Wusstest du's doch! Jawohl! Den einen Bären haben wir! Aber das war nicht der Bär, den wir finden sollten! Ja, los, komm her! Und jetzt Linke Maustaste! Ach, wenn da drüben gleich noch einer ist, schnapp ich mir den natürlich auch noch! Alter, wie viele Bären hier sind! Wie geil ist das denn? Wow, fast verkackt! Fast verkackt hier! So, sehr schön! Mal los! Jawohl, ja! Und nochmal einen häuten! Alter, voll viele Bären kriegen wir hier! Ich glaub, die kann man zum ganz guten Preis verkaufen, ne? So, grenzen wir mal das Suchgebiet ein! Hier hat ein Bär einen Menschen gefressen! Oder was kommt jetzt? Achso! Na dann! Schön nochmal! Alter, wie viele Bären hier sind, ne? Kranker Scheiß! Ist ganz gut, glaub ich, zum Farmen hier alles! Nein! Was hab ich das verkackt? E drücken! Wie kann ich das verkacken? Da! Blutspritzer gefunden! Hier! Das ist wahrscheinlich die Höhle! Besondere Bärenspur gefunden! Okay! Die Höhle untersuchen! Na dann schauen wir mal, was wir hier in der Höhle haben! Alter! Kann ich den plündern? Geil! Mal schauen, was hat der denn? Drei Kugeln! Da kann ich nicht durch, alles klar, dann gibt's nur den einen Ausgang! So, Festplatte ist voll, deswegen werde ich jetzt hier unterbrechen und dann machen wir das nächste Mal weiter! Ich bedanke mich für's Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal! Ciao!